Hm, seid ihr in der Tat etwas normaler drauf als gehofft? Mary ist sofort tot. Das ist kein Apult, das stirbt jetzt hier, das nervt mich jetzt so langsam echt kaputt. Die, Alter, die sind Rang 8. Wann sind die Rang 8 geworden? Wann sind die hier Rang 9 geworden? Ha. Darum habe ich auf Danny ihre Hilfe gehofft hin. Jetzt werdet ihr sowas von verrecken. Irgendwann müsste ja dann vielleicht auch mal Aragorn kommen. Ja, jetzt kommen die Mumakil. Alter, Mumakil. So sieht's aus, ihr Wichser. Pelennorfelder, hey. Äh, das sind doch alles nur Bogenschützen, oder gut. Rohan darf nicht untergehen. Richtig. Und falls es doch tut, dann... ...haben wir was falsch gemacht. Ähm, fetzt mal hier durch die Masse. Natürlich sind Mumakil nicht gerade die einfachsten Gegner. Deshalb, weshalb ich auch, ähm... ...hier jetzt... ...bisschen... ...zerstörung mach, während ich mit... ...den hier, vielleicht hier hinten... ...mit meinen... ...treuen Bogenschützen... ...da ein bisschen Hintermetschen mach. Und meine Rohirin hier... ...vielleicht... ...auch... ...ganz nützlich, äh... ...Arbeit leisten könnten. Und... ...ähm... ...sich vielleicht zurückziehen. So, Wolkenbruch erstmal. Dann... ...hauen wir hier... ...zusätzliche... ...Elbenkriegereien und Rohirin... ...die vorher... ...wie nicht da waren, jetzt plötzlich doch da sind. Und diesen Olifanten auf Rang 10 sowas von eliminieren werden. Haha. Vielleicht könnten meine lieben und netten... ...äh... ...Eidbrecher... ...mir mal... ...endlich zur Hilfe kommen. Und... ...ich glaub, die Bonus-Mission schaff' ich nicht. Was war das? Das Horn muss ich nicht erkennen, oder? Doch, müsste ich schon, aber... Warte, Moment, kapier ich's nicht. Ich glaub, das waren die Elbens, aber... ...kann auch was anderes gewesen sein. So. Ihr seht, so einfach ist es. Null Problemo. Hier so ein paar Orks aus Minas Tirith zu vertreiben. Man braucht nur ne starke rohanische Armee. Alter. Ihr könntet die Vollidioten hier oben schon angreifen, gell? Ja. Das war ja... ...kein Problem. Hier... ...zerstörtes Lager. Haha. Ja. Ja. Oh nein, mein Wolkenbruch ist... ...versagt. Aber das macht nichts. Hier hin. Ja. Ja, auch nicht so toll. Wenn wir Gefangene machen würden. Mach mal die Scheiße hier kaputt, das nervt mich so langsam. Und jetzt das hier. Hey, umher da oben natürlich. Stark. Oh ja. Weitere Einheiten. Schön. Ich habe auf nichts anderes gehofft, der. Ja. Rückzug. Wenn das nur alles so einfach wäre, wie es aussieht, gell? Ah, fuhr, Alter. Jetzt kommen natürlich noch mehr Nascools. Schallfolg von mich! 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 Es reicht mir eigentlich theoretisch, wenn ihr hier mal anfangt, alles zu zerstören, weil... Äh... Ja. Wie gesagt, ich bin natürlich hier mit meinen übermenschlichen Skills der absolut Beste auf diesem Gebiet. Und von daher... Hm. Jetzt komm schon. Jetzt! Ja, ich habe es angesetzt und zwar richtig... Haltet die Stellung! Äh... Ja, ihr auch! Nein! Nein, ihr nicht! Zug! Rückzug! Rückzug! Das ist schön für euch, dass ihr die Kaserne verbessert habt. Weitläufer! Wir kämpfen für Gondor! Ah... Ich habe hier noch Weitläufer. Schön. Hier habe ich hier auch noch Weitläufer. Wieso weiß ich davon immer nichts? Ist da... Ah... Das merke ich immer erst hinterher sowas. Ich muss meine Kaserne, die ich dir für was hat. Aha... Gondorianische Soldaten... Oh... Weg, 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 Soldaten! Turmwachen, 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 los, Turmwachen! Alter, ich habe übertrieben viele... Äh... Rohstoffe. Alter, was ist jetzt eigentlich mit der Armee des... des Todes mit meinen Eidbrechern? Wir werden angegriffen! Wir werden angegriffen! Los, Rückzug! Wir haben unsere volle Truppenstärke! Ich frage, dass Banner Gondor es könnten auch in der Nähe sein! Geht mal hier rüber. Ach, Alter, wie halt immer wieder neue Einheiten von den Orcs kommen. Das ist so scheiße schwer. Ich frage, dass Banner Gondors... Hä, Eomer ist auf Rang 8, okay. Wieso zählt das nicht? Ich habe die Bonus-Mission geschafft. Ja, nur die hier. Hier soll schließlich auch was zu tun bekommen. Hm. Hm. Ja, zieht euch mal hier hin zurück. Äh... Das sind alle Helden, oder? Jo. Attacke. Ihr tötet die Gegner. Alter. Ihr haltet eure Stellungen echt perfekt hier. Sowas habe ich noch nie gesehen. So eine übermenschliche Leistung von meinen Soldaten hier, echt. Mua. Ich bin euch zu großem Dank verpflichtet. Naja, auch noch. Hm. So. Ich habe zwar sau viele Einheiten verloren. Ich habe abnormal viele Einheiten verloren, aber... Ich sag euch was. Ich habe Minas Tirith gehalten. Ich habe Minas Tirith verdammt nochmal gehalten, okay. Kämpft für mich! Und ich werde euren Eid als Erfolger sehen! Ja, endlich! Endlich! Die Eidbrecher sind da. Sauber! Endlich! 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 Die Einheiten schöpfen neuen Mut. Und... Attacken... Brunnen. Haha. Ah, ihr bleibt noch ein Weilchen, gell, ihr Eidbrecher. Können eh nicht sterben. Die Eidbrecher hier. Durch die Eidbrecher wird alles viel einfacher. Die Eidbrecher haben mich gerettet. Und da sie auch nicht sterben können... Alter, wie viele Helden habe ich verloren? 1... 2... 3... 4... Stück. Und darunter ist nicht Pipin. Lasst uns gehen! Und los, zieht uns... Zieht euch zurück ins Auge Saurons. Hehe. Zu geil. Los, tötet alles, ihr Eidbrecher. Ein Brandybock versagt nicht. Ne, in der Tat. Da ist der Sieg. Zwar... habe ich die Eidbrecher gebraucht. Aber... Ladies and Gentlemen. Minas Tirith gewonnen. Das ist so ziemlich die schwierigste Schlacht in dem Spiel. Auf der Seite der Guten. Auch auf der Seite der Bösen. Minas Tirith ist einfach das Heftigste, was es gibt. Die ist so abnorma schwer, die Schlacht. Aber macht nichts. Ich habe es geschafft. Und ich bin stolz darauf. Minas Tirith. Oh, das habe ich sogar geschafft. Danke. Ich hätte die Bonusmission geschafft, habe ich gar nicht mitgekriegt. Alter, wie viele aufgestiegenen Einheiten? 45. Das muss ja wohl ein gesamter Sieg sein, oder? Ja, eben. Plus 8 Schützerfähigkeit. Alter. Pedo. Nein! Meine ganzen Starter und so sind alle tot. Nur Pedo lebt noch. Oh! Nein! Nein! Die sind alle verreckt. Scheiße. Aber Alter. Legolas hat schon 791 Gegner umgebracht. Minas Tirith verteidigt. Bam! Ihr Wichser! Und ich kann mir nicht mal was kaufen. Greife das schwarze Tor an, wenn du bereit bist. Die Gemeinschaft zusammen. Was ist jetzt eigentlich mit Frodo los? Ich kann mich zurückfordern. Armee Rohans. Was ist mit Armee Gondors? Alter, so krank viele Leute verloren. Aber seht euch das an, wie viel noch in Feindeshand ist. Ich soll es erst angreifen, wenn ich bereit bin. Und das bin ich garantiert noch nicht. Ich habe nämlich noch dazu gar keine Lust. Deshalb... Scheideweg mit... Was ist das für eine Armee? Armee Gondors. Okay. Machen wir mal abwechselnd. Armee Gondors. Armee Rohans. Armee Rohans. Armee Rohans. Armee Rohans. Armee Rohans. Und so wie jeder. Und sofort. Heute ist das Gebiet in der Gewalt Mordors. 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 Hm. Der Scheideweg, so so. Das gehört jetzt mir. Gleich. Bald. Hoffentlich. Besiegt alle Truppen Mordors. Nimm Kontakt zu den Gondorianischen Waldwerfen in diesem Gebiet. Pfff. Okay. Was kann ich mir kaufen? Anduriel. Habe ich Aragorn hier? Oh, hier habe ich sogar Aragorn. Aber nein. Jetzt nicht im Moment. Oh. Wie die plötzlich alle in der Festung drin stehen. Du. Und du. Habe ich nur Bogenschützen? Ich habe tatsächlich nur Bogenschützen. Ne. Nicht ganz. Nur Bogenschützen. Also. Hier hoch. Waldläufer. Waldläufer. Ist schon in Ordnung. Ihr könnt auch laut sein. Das gibt eh keinen. Bleibt in Deckung. Wir müssen bereit sein. Pfeile bereit machen. Pfeile bereit machen. Ja. Hier entlang. Geht einfach mal hoch. Ja. Dann sind wir schon weiter. Wussten wir noch. Alter. Ich habe übertrieben viele Waldläufer. Waldläufer. Ruhig Männer. Hört mir zu. Flieg. Schattenfeld. Ja. Wäre nicht so gut wenn wir das Pferd jetzt wegfliegen. Ah. Ich immer mit meinen Gehöften. Echt. Waldläufer. Wir brauchen eure Hände. Hilf. Hält ihn dran. Ja. Ich habe die Waldläufer gefunden. Wir müssen rasch handeln. Wo sind die Waldläufer? Unsere Truppen werden angegriffen. Lass uns frei. Ah hier. Halt die Augen offen. Ja. Wir dürfen nicht versagen. Ne. In der Tat. Das wäre. Unvorteilhaft. Los schmeckt das. Verwehren mal. Für dich ist in dieser Welt kein Platz. Für dich ist in dieser Welt kein Platz. Für dich ist in dieser Welt kein Platz. Für dich ist in dieser Welt kein Platz.